Hubert Keppel, der Grand-Seigneur des modernen künstlerischen Gitarrenspiels, so hat ihn neulich die deutsche Fachzeitschrift Akustikgitarre genannt. Dank seiner legendären Einspielung Johann Sebastian Bachs Sechster Klavierpartita hat er sich seit den 80er Jahren weltweit hohes Ansehen als hervorragender Interpret verschafft. Als Professor leitet er an der Musikhochschule Köln seit drei Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Gitarrenklassen der Welt. Selbst zahlreiche ehemalige Studenten von ihm sind mittlerweile hochgeschätzte Konzertisten und Dozenten. Hubert Keppel ist bereits in den bekanntesten Konzerthäusern der Welt aufgetreten und ist regelmäßig in den wichtigsten internationalen Gitarrenwettbewerben als Juror tätig. Der alljährliche Wettbewerb, der innerhalb des Internationalen Gitarrenfestivals in Koblenz stattfindet, ist ihm gewidmet und er wird regelmäßig als Präsident der Jury dazu eingeladen. Seit einigen Jahren engagiert er sich intensiver für die Nachwuchsförderung und leitet eine zusätzliche Klasse an der Gitter-Akademie in Koblenz, an der er zurzeit junge Talente aus mehr als zwölf verschiedenen Ländern unterrichtet. Hubert Keppel ist sicherlich der bedeutendste deutsche klassische Gitarrist unserer Zeit. Nachwuchsprofff Untertitelung des ZDF, 2020